Leute, mittlerweile habe ich wieder ein paar Koffer gespart. Sechs Stück. Ich habe mir gedacht, wir machen die einfach mal auf und schauen, was da so drin ist. Mit etwas Glück ziehe ich ja was Schönes. Alter, ich bekomme gerade sehr viele Duplikate, muss ich sagen. Wie sieht es hier aus? Zwei Koffer habe ich noch. Was ist das für eine Figur? Einen Koffer habe ich noch. Okay. Ja, ich habe die Locust nicht gezogen, aber ich habe die Locust gezogen. Nicht gerade jetzt, aber vor einigen Tagen. Ich habe damit auch ein Gameplay aufgenommen, das wir uns gleich anschauen. Ich habe tatsächlich ein bisschen was hinbekommen, obwohl ich nicht gut bin mit der Sniper. Und ja, ich habe das Locust öffnen leider nicht aufgenommen. Das sollte jetzt einfach ein kleiner Gag sein. War vielleicht nicht witzig. Es tut mir leid. Springen wir ins Gameplay. Dann bin ich mal gespannt, was auf der Map hier so funktioniert. Das ist ja schon eine Map, wo immer mal wieder die Leute snipen. Und normalerweise kommt da hinten einer, nur diesmal nicht. Ich glaube, der kommt hier lang. Oh, Hitmarker natürlich. Warum ist da so eine Hitmarker-Maschine? Das ist so schlimm bei der Locust. Kommen die von hinten? Kommen sie nicht. Okay, ich dachte... Hallo? Kann ich da wieder hoch? Ich dachte kurz, sie kommen von hinten. Ah, von dem hinten kommen sie. Let's go. Das waren doch zwei schöne Snipes. Ich glaube, ich bleibe hier doch oben. Wenn die da unten alle kommen, dann ist das eine ganz geile Position. Aber wir können einfach mal gucken, ob die da kommen. Müsste das doch eigentlich in den Spawn stellen können. Äh, runter, runter, runter. Ah, rein, rein. Ah, okay. Ich dachte schon, das wird jetzt nichts. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Das zeigt mir die Leute an. Guckt euch das an. Hier kommt er. Und ich war kacks. Hallo, mein Freund. Gute Arbeit. Teammate. Oh, das Blöde ist, dass jetzt hier wieder die Sicht verkriezelt ist. Man, mich regt wirklich dieser Spitze das so krass auf. Du siehst einfach nie irgendwas. Hä? Der kommt hinter mir. Oh, wir haben einen Spawnflip. Die spawnen einfach alle hinter mir. Das finde ich nicht so fair gerade, muss ich sagen. Okay. Na komm, na komm. Dankeschön. Also, ich glaube, ich spiele nicht nochmal den Spitzelisten hier. Ah, wobei. Ich habe mal einen Kill da mitgemacht. Oh, ich habe es aus dem Weg gewechselt. Ich wollte einfach nicht mehr anvisieren. Das war mal saudoof. Da komm. Ja, der kommt hinten. Was? Ne, da kommt noch einer. Einer kommt da. Einer kommt da. Oh, wenn sie so rumspringen, ne? Dann habe ich echt überhaupt keine Chance. Holy shit. God damn it. Oh. Ey, ich mache zu viele Hitmarker für meinen Geschmack. Nein. Oh, den hätte ich haben müssen. Das wäre so schön gewesen. Hä? Okay. Wie das jetzt nicht funktioniert hat gerade, ist mir ein Rätsel. Das hätte doch wohl absolut drauf sein müssen, oder nicht? Meine Güte. 19 zu 9. Für die erste Runde bin ich tatsächlich einigermaßen zufrieden. Ich habe ein paar Abschüsse gemacht. Ja, da bin ich ja irgendwo nachgejoint. Und natürlich auf der schlimmsten Map, die existiert. Treyarch, was habt ihr euch dabei gedacht? Beziehungsweise, ich kenne die Antwort. Nichts. Es wurde nicht gedacht. Sonst wäre sowas nie passiert. Hat er gerade einen Knife Runner hinter mir? Lol. Oh, ich glaube, der kommt hoch. Hallo, mein Freund. Würde ich halt schon ganz gerne hinten am Spawn direkt wegholen. Wie war das kein Colette? Wie war das kein... Leute. Ich mache zu viele Hitmarker in diesem Spiel. Das kann doch nicht sein. Warum mache ich zu viele Hitmarker? Aber ey, ich habe ein paar schöne Kills gemacht. Ich push hier einfach mal nach vorne. Was? War das kein Hit? Na komm. Ach komm schon, Alter. Jetzt nervt es mich aber. Wie viele Hitmarker muss ich denn noch machen in diesem Spiel? Ich kann mir gut vorstellen, dass die da gleich nochmal kommen. Das Schöne ist bei der Map, man weiß eigentlich, dass viele nicht durch die Mitte gehen. Weil die Mitte scheiße ist. Das heißt, sie gehen oft am Rand entlang. Wobei, ich glaube, wir haben einen Spawnflip. Hat sich jetzt gerade irgendwie für einen Moment so angefühlt. Aber jetzt sehe ich hier niemanden. Vielleicht doch kein Spawnflip. Sollte ich hier trotzdem mal... Oh, doch. Jetzt kommen sie alle hinten. Warte. Dieses Game. Ich glaube, keiner versteht so ganz, was hier passiert. Nein, nein, nein. Er spielt die Noob-Sniper. Und da kommen sie alle. Ich bin mal so ein bisschen zurück, wenigstens. Oh, da ist der Colette. Lol, noch ein Colette. What the... Okay. Da sage ich nicht nein. So, komm schon, komm schon, komm schon. Gehen hier vielleicht ein paar Snipes. Ich bin so kacke beim Snipen. Darf ich eigentlich niemanden zeigen hier? Kann ich mir vorstellen, dass sie da... Ja. Und noch spawnen. Let's go. Oh, shit, shit, shit. Jetzt habe ich Angst. Einer ist in diesem scheiß Ding drin. Okay, den haben die, den haben die. Okay, mein Teammate... Guckt hier. Ich hole mir den. Let's go. Hat er den jetzt? Ich hoffe, er hat ihn. Nicht, dass er plötzlich aus dem Nichts da hochpusht. Okay, die kommen da alle gleich weiter. Geh mal ein bisschen zurück. Man muss es ja nicht übertreiben. Okay, das mache ich mit der Waffe. What? Das war ein blöder Hitmarker. Wäre so ein schöner Snip gewesen. Aber nein. Natürlich nur ein Hitmarker. Jetzt ist wenigstens dieses blöde Ding nicht mehr da. Dass wir nicht sehen können, wo die Gegner sind. Komm. Gut gemacht, Teammate. Komm hier weiter hoch. Uh. Knappe Kiste. Ich glaube, es wird Zeit, ein bisschen nach vorne zu pushen. Wobei sie wahrscheinlich dann auch gleich von hinten kommen. Komm, 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 komm. Hol ihn dir, Teammate. Danke. Ähm, ja. Ich habe zwar jetzt meine Spezialistenfähigkeit, aber ich habe keine Ahnung, von wo die Gegner kommen. Ich hoffe, es war jetzt kein Fehler, dass ich das Ding aktiviert habe. Ah, Drohne. Sehr schön. Hier unten kommt einer. Junge. What the? Warum kriege ich hier random Explosionsschaden? Das muss mir mal einer erklären. Das war es halt überhaupt nicht. Was war das denn gerade, bitte? Okay, ich glaube, wir sind oben im Fenster. Nice. Komm, wir pushen ein bisschen nach vorne. Oh, shit, shit, shit. Der hat den Noob Sniper. Ich kriege dich trotzdem, mein Freund. Auch wenn du hier mit der Noob Sniper unterwegs bist. Oh, komm hoch. Komm ich weg? Alles klar. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie das genau funktioniert hat, aber ich bin weggekommen. Und ich glaube, der Gegner hat gerade seine, äh, Fähigkeit eingesetzt und damit niemanden bekommen. Das ist doch immer eine Freude. Bin ich gespannt. Kommen die nochmal von hinten? Oh, oh, Teammates. Teammates? Okay. Ich glaube, der hat ihn gesehen. Da kommt gerade einer durch diesen Gang. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nice. Da komm, da komm, da komm. Nice. Komm. Nice. Dann hole ich mir den da oben, beziehungsweise vielleicht auch nicht. Aber das ist in Ordnung. Ich glaube, der kommt jetzt hier rein, oder? Uff. Komm zurück, komm zurück. Lass dich zurückfallen im Notfall. Kann dir helfen, wenn du dich zurückfallen lässt. Oh, shit, shit, shit. Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst hier. Ich muss es leider sagen. Alles klar. Das war gerade ein Colette. Bin ich gut. Sonst bin ich mal gespannt, ob ich diesmal vielleicht ein bisschen mehr hinbekomme mit diesem Teil. Oh, nice. Fauen wir das hier hin. Ah! Man kann ja nicht schießen, wenn man gerade anvisiert. Also während dem Anvisieren geht das nicht. Das irritiert manchmal noch ein bisschen. Ich muss es sagen. So. Alle da hinten noch, oder was? Oh. Dachte, da war irgendwie einer. Teamate, äh, den darfst du dir holen. Und schaue ich hier in die Richtung. Ist das Spawn? Ist hier unten irgendwo das Spawn? Glaub schon, oder? Oh. Warum ging denn meine Streaks nicht? Was ist denn da gerade passiert? So. Äh, Spawn, Spawn, Spawn. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt auch gleich von hinten wieder kommen. Ich weiß, es ist aber natürlich nicht sicher, aber einer steht da irgendwo rum. Gut. Meine Mantis geht da halt eh gerade rein, ne? Glaub, dann muss ich da gar nichts mehr machen. Wir sind wieder bei so einem Punkt angelangt, wo ich irgendwie keine Gegner finde, weil meine Streaks alles holen. Nein, Hitmarker. Leute, was ist das? Warum kriege ich nur Hitmarker? Ich finde das nicht schön. Ich finde das nicht gut. Äh, ich treffe ja ab und zu, aber man merkt schon noch, wie schlecht ich bin beim Snipen. Weil manchmal treffe ich einfach Leute nicht, die ich eigentlich treffen müsste. Ich werde tatsächlich noch mehr snipen und noch mehr üben, weil ich will auf jeden Fall, wenn die nächste Sniper dann da ist, irgendwie ein bisschen mehr hinbekommen. Mir macht Snipen allgemein schon Spaß, aber in dem Game komme ich halt irgendwie einfach nicht damit klar. Dann wieder ein Hitmarker. Vielleicht ist es auch die Sniper, weil wir viele Hitmarker hier machen, ist auch nicht in Ordnung. Das muss ich mal sagen. Komm, Teammates, macht den letzten Kill. Macht ihn irgendwo, please. Ähm, wie lang? Rennen wir, okay. Wie lang sind wir gerade rumgerannt, ohne den letzten Kill zu machen? Ich habe keine Ahnung. Aber Leute, das war es mit dem Video. Das war ein bisschen Sniper-Gameplay mit der Locust. An sich schon eine gute Waffe. Die macht aber für meinen Geschmack einfach zu viele Hitmarker. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und für weitere Call of Duty Videos, lasst gerne auch ein Abo da. Wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut. Bis dahin.